Ich, Gaius Julius Cäsar, präsentiere euch hiermit die Beta von Anno 1800. Und zwar habe ich jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen, die werden am Samstag heute erscheinen, schon drei Stück mindestens, um euch damit schon mal zufriedenzustellen. Für alle, die es nicht erwarten können, hier Anno 1800 in der Beta zu sehen. Ähm, ja, ihr seht schon, da habe ich mich aufgemacht mit Herr von Seeberg und wir haben die Seestadt gegründet, das werdet ihr dann sehen. Ähm, ignoriert die Probleme, die es in der dritten Folge gab, die konnte ich dann kurz danach lösen, keine Sorge also. Ähm, und dann möchte ich noch darauf hinweisen, also einerseits werden einige Folgen ganz normal hochgeladen am Samstag. Am Sonntag startet dann ein Livestream zu Anno 1800 der Beta. Da starten wir dann nochmal völlig neu und gründen eine neue Stadt mit euch zusammen. Ihr gebt mir dann fleißig Tipps und Ratschläge und wir können ein bisschen über dieses herrliche Spiel reden. Und, ähm, ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass, ähm, der Livestream höchstwahrscheinlich am Sonntag um 14 Uhr sein wird. Sollte es aus irgendeinem Grund Änderungen geben, dann, ähm, werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Ähm, einmal auf Discord, einmal auf den Community-Post. Sollte sich nichts ändern, dann bleibt es beim Livestream ab 14 Uhr am Sonntag, dem 3. Februar. Ja, und vorher, wie gesagt, kommen jetzt erst einmal die einzelnen Videos und dann sehen wir uns in den Kommentaren der Videos und dann spätestens beim Livestream am Sonntag bei Anno 1800. Vorher übrigens auch gibt es nochmal einen Livestream zu The Game of Rome am Samstag ab 19.30 Uhr. Also, volles Programm am Wochenende. Ich freue mich, das Spiel macht herrlich Spaß und, ähm, ja, ich möchte es einfach nur noch immer weiterspielen. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Cäsar. Bis dahin, alles Gute.